Versicherung absetzen in der Steuererklärung 2022. Die Anlagevorsorgeaufwand in der Steuererklärung ist das Formular, wo man seine gezahlten Beiträge für gesetzliche und auch private Versicherung eintragen, absetzen und damit Steuern sparen kann. Doch leider ist sie in Elster Online etwas verwirrend aufgebaut und deshalb haben wir für dich dieses Video gemacht, wo du erfährst, wie man die Anlagevorsorgeaufwand 2022 einfach ausfüllen kann und was die Felder in normaler Sprache bedeuten. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um das Eintragen und Absetzen von Versicherungsbeiträgen in der Steuererklärung und das mit Hilfe von Elster Online, dem offiziellen Steuerprogramm der Finanzbehörden und der Anlagevorsorgeaufwand. Starten wir vorab mit der Frage, welche Versicherung darf man überhaupt in der Anlagevorsorgeaufwand absetzen? Dies unterteilt sich grob in drei Bereiche. Erstens Beiträge für die Altersvorsorge, wie zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung oder auch Basis- bzw. Rürup-Rentenverträge und alte Lebens- und Rentenversicherung mit Beginn vor 2005. Riester-Beiträge hingegen dienen zwar auch der Altersvorsorge, aber die haben tatsächlich eine eigene Anlage namens Anlage AV, zu der wir auch schon ein aktuelles Video haben, welches wir dir gern unten verlinken. Der zweite Bereich sind dann Beiträge zu inländischen und ausländischen Kranken- und Pflegeversicherungen, egal ob gesetzlich oder privater Natur. Drittens dann private Versicherungsverträge, wie beispielsweise Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Todesfallversicherung, um nur einige zu nennen. Allerdings, und das wissen viele nicht, dabei gibt es gewisse Höchstgrenzen, zu denen wir im Laufe des Videos noch kommen und deren Beachtung viel Zeit bei der Steuererklärung 2022 sparen kann. Wenn du außerdem in Zukunft mehr aus deiner Steuererklärung rausholen möchtest, dann sichere dir doch gleich mein neues Buch 100 Steuertipps und Tricks in der Version 2.22.23 mit vielen verständlichen Erklärungen und direkten Hilfestellungen, wie man die Tipps dann auch in der Steuererklärung einträgt. Den Link dazu findest du natürlich ebenfalls unter diesem Video. Viel Erfolg damit! Doch genug von der Theorie, gehen wir jetzt zu Elster Online und starten mit dem Ausfüllen. Direkt mit der Anlage einer neuen Steuererklärung wird auch die Anlagevorsorgeaufwand vom System automatisch hier links aufgelistet. Die anderen Anlagen und Formulare findest du aber auch immer hier unten. Wir wählen aber nun die Anlagevorsorgeaufwand aus, in der es aktuell acht Teilbereiche gibt, die wir nun durchgehen. Sieht viel aus, ist aber eigentlich ganz einfach, denn du füllst nur diejenigen aus, welche dich wirklich betreffen. Nummer 1 sind dabei Beiträge zur Altersvorsorge, wie zuvor in den drei großen Bereichen erwähnt. Jede Person, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, also auch ganz normale Angestellte und je nach Einkommen auch Azubis, benötigen genau diese Felder. Um es dir so einfach wie möglich zu machen, nimmst du dir am besten deine Lohnsteuerbescheinigung deines Arbeitgebers zur Hand. Denn dort stehen die relevanten Werte, welche hier im Folgenden eingetragen werden, drin. So geht es in der Zeile 4 hier in Elster um den Wert aus der Zeile 23 deiner Lohnsteuerbescheinigung. Wenn du mehrere Arbeitgeber hattest und auch Bescheinigungen, dann rechnest du einfach die Werte zusammen und trägst sie dann hier als Gesamtbetrag innerhalb des Steuerjahres ein. Dann folgen ein paar Sonderfälle. Aber Zeile 8 wird für alle relevant die Beiträge in eine Rürup-Rente einzahlen. Diese werden nämlich dort eingetragen. In Zeile 9 dann wieder der Wert aus der Lohnsteuerbescheinigung, Zeile 22 a, b. Das sind die Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung. Wer einen Minijob hatte, wo der Arbeitgeber Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung für einen eingezahlt hat, der nutzt die Zeile 10. Und so geht es jetzt weiter in den Teilbereichen. Teilbereich 2 betrifft alle gesetzlich Krankenversicherten. Teil 3 ist für alle Privatversicherten relevant. Wir beginnen mal mit der normalen inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Auch hier empfiehlt es sich wieder die Lohnsteuerbescheinigung rauszuholen, denn hier wird ganz exakt bei Elster auch auf die Zeilen verwiesen. In diesem Beispiel geht es in der Zeile 11 von Elster um den Wert aus deiner Lohnsteuerbescheinigung in der Nummer 25, wenn du dann eine bekommen hast. Wir blenden mal wieder unser Muster ein und da waren das 2.385 Euro und dementsprechend eingetragen. Die nächste Zeile ist ein Sonderfall, aber die meisten werden hiervon betroffen sein, nämlich die Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen Pflegeversicherung, weil die gehört ja auch dazu. Die hat man dann dementsprechend zusätzlich. Also hier schauen wir in die Zeile 26 der Lohnsteuerbescheinigung und sehen 562 Euro. Nicht verwirren lassen, hier werden immer ganze Beträge nur eingetragen, auch wenn in der Lohnsteuerbescheinigung in deiner vielleicht auch noch ein Komma- und ein Centbetrag steht. Das will Elster allerdings nicht haben. Hier muss man dann immer entsprechend abrunden. Zeile 14 ist nicht mehr ganz so relevant wie vorher. Hier geht es um erstattete Beiträge von der Kranken- und Sozialen Pflegeversicherung. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel, weil du nicht zum Arzt gegangen bist, einen sogenannten Beitragserstattungstarif hast, einen Wahltarif dort auch in der gesetzlichen Krankenversicherung genommen hast und dann werden dir, wenn du nicht zum Arzt gegangen bist oder keine Leistung in Anspruch genommen hast, auch Beiträge erstattet. Die müssen natürlich wieder abgezogen werden, denn letztendlich hast du ja weniger Belastungen gehabt. Das würde dann dementsprechend hier reinkommen. Alle anderen, die gesetzlich versichert sind, aber nicht Arbeitnehmer, die finden ihre Zahlen etwas weiter unten. Also zum Beispiel Rentner und freiwillig gesetzlich versicherte Selbstzahler. Es kann ja sein, wenn jemand selbstständig ist und nicht in die private Krankenversicherung kommt oder sich aus anderen Gründen gesetzlich versichert, dann müssen dementsprechend hier die Werte eingetragen werden. In diesem Fall gibt es aber auch von der gesetzlichen Krankenkasse eine Beitragsbescheinigung, wo genau aufgeführt ist, okay, was wurde dann an Beiträgen zur Krankenversicherung bezahlt, gab es eventuell Beiträge, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt. Das ist ja auch bei den Selbstständigen wichtig. Da kann man einen verminderten Satz bezahlen und aufgrund dieses Satzes hat man dann eben keinen Anspruch im Krankheitsfall auf Krankengeld. Das musst du aber dann für dich rausfinden, gegebenenfalls auch nochmal mit der Krankenversicherung sprechen, mit deiner Krankenkasse. Was ansonsten noch auf dich zutreffen könnte, ist, dass du vielleicht bei deiner Krankenkasse gewisse Zusatzoptionen abgeschlossen hast, also Leistungen, die über die Basisabsicherung hinausgehen, vielleicht Krankenzusatzversicherung. Wenn diese dort direkt über die gesetzliche Krankenkasse laufen, dann wäre das hier einzutragen. Im Folgenden ist es aber wichtiger, nämlich wenn du private Zusatzversicherung oder auch komplett privat versichert bist. Dann gehen wir nämlich in den Bereich Nummer 3, wählen die Person aus, für die wir Angaben machen wollen. Wir nehmen mal hier die Person A, den Peter-Musterzahler und hier würden dann dementsprechend die Dinge eingetragen werden. Bei der privaten Krankenversicherung ist es vielleicht auch etwas einfacher. Da gibt es auch immer eine Beitragsbescheinigung, wo genau drin steht, ja, lieber Versicherter, das darfst du hier eintragen. Wichtig wieder nur die Basisabsicherung, keine Wahlleistung. Also hast du die Chefarztbehandlung gewählt oder eine spezielle Arztwahl, die Unterbringung im Einbettzimmer oder Zweibettzimmer beispielsweise, das ist alles keine Basisabsicherung, das geht darüber hinaus. Dann ist das auf der Bescheinigung aber auch so aufgeschlüsselt. Also würde dir die Krankenversicherung zum Beispiel sagen, okay, du hast 4.000 Euro bezahlt für die Basisabsicherung, das dann dementsprechend hier rein. Dann kommen deine Beiträge zur Pflegepflichtversicherung. Hier wieder die erstatteten Beiträge, das ist bei der privaten Krankenversicherung auch eher üblich als bei der gesetzlichen. Wenn du also speziellen Tarif hast, ich kenne das selber auch von meiner privaten, und man keine Leistung einreicht oder keine Rechnung, dann gibt es dementsprechend Beiträge zurück, vielleicht einen Beitrag, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Beiträge im Jahr, je nachdem wie lange man schon leistungsfrei ist. Und wer dann noch Wahlleistung oder private Zusatzversicherung hat, so eine private Zahnzusatz zum Beispiel, der geht dann hier unten hin und könnte dementsprechend die Beiträge hier eintragen. Wir springen jetzt zum Bereich Nummer 6, denn die anderen sind auch eher Sonderfälle, denn hier könnte man Beiträge eintragen, die man für andere Personen übernommen hat. Ja, wichtig zum Beispiel ein Kind, für das kein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag mehr besteht. Ich kenne es selber im Umfeld. Da gibt es zum Beispiel ein behindertes Kind, was noch zu Hause lebt, was mittlerweile über 30 Jahre alt ist. Da gibt es keinen Anspruch mehr auf Kindergeld. Und dort zahlt der Vater noch Beiträge in die private Krankenversicherung zum Beispiel ein. Und diese Person könnte man hier anlegen mit der Identifikationsnummer der mitversicherten Person, dann natürlich den Namen und den weiteren Daten und auch den Beiträgen, die man gezahlt hat. Das verhält sich dann genauso wie in den vorherigen Feldern. Also vielleicht auch ein Sonderfall, aber für einige denke ich mal relevant. Was aber auf jeden Fall relevant ist, ist der Bereich Nummer 7 mit den weiteren sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Hier kommt nämlich auch die Arbeitslosenversicherung ein. Und wir sehen schon wieder das Wort, hier geht es um die Zeile Nummer 27 der Lohnsteuerbescheinigung. Also wir blenden wieder unsere Musterlohnsteuerbescheinigung ein und sagen, aha, 360 Euro wurden hier bezahlt. Dementsprechend, wenn es noch eine zweite Person in der Steuererklärung gibt, dann natürlich eintragen. Außerdem gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wie ich im Einspieler angekündigt habe, gibt es ja drei Bereiche, die man insgesamt absetzen kann. Also wir haben die Altersvorsorgeaufwendung ohne Riesda. Wir haben den Bereich Kranken- und Pflegeversicherung. Und dann gibt es auch noch in den sonstigen Vorsorgeaufwendungen die privaten Verträge. Und da ranken sich immer so Mythen, denn ja, tatsächlich kann man gewisse davon absetzen. Wir sehen es mal hier weiter unten, die freiwilligen, eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Also eine wichtige Versicherung sicherlich für viele. Da könnte man die Beiträge hier eintragen, indem man sozusagen die Vertragsart nimmt, also Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann waren das vielleicht 600 Euro an Beitrag, trägt das ein und bestätigt das Ganze hier hinten. Genauso verhält es sich mit Unfallversicherungen, die man hat, aber auch Haftpflichtversicherungen. Dazu zählt auch die Kfz-Haftpflicht oder auch noch Risikolebensversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen. Auch das könnte man hier unten eintragen. Aber Vorsicht, sage ich dazu. Denn die sonstigen Vorsorgeaufwendungen haben tatsächlich einen Höchstbetrag, beziehungsweise sie sind begrenzt. Das hat jetzt nichts mit den Altersvorsorgeaufwendungen zu tun, die in die gesetzliche Rentenversicherung zum Beispiel gehen oder Rürup, sondern fassen die Bereiche Krankenversicherung, Pflegeversicherung und eben private Versicherung zusammen. Und dort gilt für alle Angestellten in der Regel der Höchstbetrag von 1.900 Euro im Jahr. Für Selbstständige, also die auch keinen Arbeitgeberzuschuss zum Beispiel haben, dann liegt er bei 2.800 Euro im Jahr. Und wir haben es schon gesehen, je nach Einkommen, was man hat, kommt man schon alleine mit den Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen und dann vielleicht auch noch mit der Arbeitslosenversicherung hier oben schon über diese 1.900 Euro als Angestellte oder 2.800 Euro als selbstständige Person. Und dann kann man es sich tatsächlich sparen, diese anderen privaten Verträge mit anzugeben. Du kannst natürlich Folgendes machen. Du gibst deinen Fall einfach ein und gehst dann hier oben auf Prüfen, wenn alles fertig ist. Und dann berechnet die Elster ja deine Steuererstattung. Dann könntest du natürlich das einmal machen, ohne die privaten Verträge, schaust, wie hoch wird die Erstattung, speicherst dir das, gehst dann nochmal rein, gibst deine privaten Beiträge an und schaust, ob es eine Veränderung gibt. Und wenn du merkst, keine Veränderung, dann kannst du dir den restlichen Bereich mit den privaten Verträgen und Versicherungen sparen an der Stelle. Wer aber vielleicht nicht so viel verdient hat, weil nicht das ganze Jahr durchgearbeitet wurde, für den kann das schon relevant sein, auch die privaten Verträge anzusetzen, die Versicherung. Also wir fassen zusammen, ja, man kann private Versicherungen in gewissem Maße ansetzen in dem Bereich, aber eben nur bis zu den Höchstbeträgen. Und ab einem gewissen Bruttoeinkommen lohnt es sich einfach nicht mehr, weil schon die gesetzlichen Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge und auch noch die Arbeitslosenversicherungen das in der Regel schon ausfüllen. Wichtiger Hinweis hierzu, die Beiträge zur Basisabsicherung, sowohl in der privaten Krankenversicherung als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, unterliegen nicht diesen Höchstgrenzen. Also wer 4.000 oder 5.000 Euro zum Beispiel für die Basisabsicherung dort bezahlt hat, der kriegt auch 4.000 oder 5.000 Euro abgesetzt dementsprechend. Diese Höchstgrenze ist ansonsten nur für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen, ist ein bisschen kompliziert, aber das sollte man sich merken, da gibt es Höchstbeträge. Und wer sich unsicher ist, testet es einfach, indem er hier sozusagen eine private Versicherung einträgt und dann einfach schaut, hat sich die Steuererstattung verändert. Damit Elster jetzt aber auch die unterschiedlichen Höhen berücksichtigen kann, müssen wir hier noch in den Bereich 8 gehen, die ergänzenden Angaben zur Vorsorgeaufwendung. Wir wählen wieder die Person aus und hier oben ist ein wichtiges Feld, nämlich hat die Person, also du zum Beispiel, zu der Krankenversicherung oder den Krankheitskostenanspruch auf steuerfreie Zuschüsse, steuerfreie Arbeitgeberbeiträge oder steuerfreie Beihilfen. Also wer eben einen Beihilfeanspruch hat als Beamte Person oder aber zum Beispiel einen Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung dazu kriegt, egal ob privat oder gesetzlich, der lässt es dementsprechend einfach auf keine Angabe. Wer allerdings das nicht hat, zum Beispiel als selbstständige Person, die alles selber bezahlt hat, die gibt hier Nein an. Und dann weiß Elster, okay, ich muss nicht die 1.900, sondern eher die 2.800 Euro berücksichtigen für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Etwas weiter unten die Felder sind dann noch entscheidend für alle Beamtenpersonen beispielsweise. Nämlich, wir müssen hier Elster sagen, ja, es bestand keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven Dienstverhältnis. Beamte und Beamtinnen zahlen ja dort nicht ein, können also hier ein Kreuz setzen, damit sich Elster eben nicht wundert und sagen hier unten, ja, aufgrund des aktiven Dienstverhältnisses, was ich hier oben genannt habe, habe ich einen Anspruch auf Altersvorsorge später. Ja, und schon weiß Elster Bescheid, wie es hiermit umzugehen hat. Nur noch übernehmen am Ende und fertig. Du hast es geschafft. Dies sind die grundlegenden Schritte in der Anlagevorsorgeaufwand 2022 und du weißt nun hoffentlich, welche Felder für welche Eintragungen da sind und wie man einen großen Teil seiner Versicherung in der Steuererklärung absetzt. Um noch mehr aus deiner Steuererklärung rauszuholen, sichere dir wie erwähnt auch gern mein Buch und schaue dir am besten auch unsere anderen Videos zur Steuererklärung 2022 hier auf dem Kanal an. Ansonsten freuen wir uns als Unterstützung unserer Arbeit über einen Daumen nach oben für dieses Video und jeden neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Dein Finanzner Simon.